Lägenhaft, 124, und die Russen verliert hier. Einer lang, 1, 2, 4, 9, 6, 6, in einer Auftrag von 54, 8, 1, 1, die Analogi-Nummer. Fern zurück, Aufgang 2, es führt immer noch, Fessica, Lägenhaft. Lägenhaft, Sillian Leader, British Time, Kopenhau, Mosche, 54,8, 1, 1, 17, 80, 1, 17, 80. Die nächste, die letzte ist Merme Fräbel, die Bahn ist frei. Komm, komm, los! Komm! Hör ab, komm, los! Lägenhaft, hopp, 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 los! Merme Fräbel, gespart. Ehemann Huerta, верer samtzeitии, 6-9, 9-9... ...5.011, she's currently linked by 16 hundreds of a second, intermediate times just coming to .... Er, hier we go, you are 21.287. ي7, 80,7, dort für Merle, Frebel, Zebel! với Russie, Jonna Loginova. Doppeltieg also durch die Deutschen, Berle, Frebel und Jessica Regenhardt am drei. Yana Loginova. Beautiful competition. 50-doll. Harden Frebel from Germany. Und Christophe und Daniel Hart hanging on in the second position. Regenhardt, Loginova from Russia. 1-2 in 3. Kippa, Nashor, Kippa. Kippa, Nashor. Glückwunsch. 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 DieIE rejected? Glückwunsch! Schau Lindsey, dass der steht. Oh mein Gott. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt kriegst du den Startkampf. Du kriegst den Startkampf. Nein, nein. Das war der Deal. Könnt ihr nachher hin kommen? Jetzt kommen wir ein bisschen kurz in die Garten. Ich hab's hier. Das ist gut. Oh. Oh. Janis, gut. Ich war irgendwie ganz nah. Sie hat das schon drin. Ja. Okay. Okay. Sorry. Ich muss mitkommen. Oh Gott. Oh. Oh. Herzlichen Glückwunsch. 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 Gibt es dazu schäfen? Mesdames, Messieurs, les vainqueurs des Jeunes Olympiques de la Jeunesse, Ladies and Gentlemen, the Youth Olympic Games winners, und sehr geehrte Damen und Herren, die Gewinnerin der Olympischen Jugendwinterspiele!